Musik Hallihallöchen, willkommen bei meiner Vorstellung von Seestände Let's Plays. Ich stelle mich hier kurz vor und wir, das war ein bisschen unnötig, wir zocken in der Zeit ein bisschen Super Mario World. Nämlich, ich stelle euch jetzt mal ein bisschen mich vor, ich muss aufpassen, das ist ja das normale Super Mario World, deswegen soll das ja noch regelrecht gehen. Also, ich bin der Matze, ich bin 15 Jahre alt, ich werde euch auf dem Kanal hier definitiv viele Super Mario World Rom-Hacks, beziehungsweise auch normale Games, präsentieren. Weil einfach ich sehr gerne SMW-Hacks zocke, beziehungsweise auch das normale SMW, das habe ich aber noch nie durchgezockt. Und ja, also ich kann ja auch ein bisschen über mich und meinen Kanal noch selber reden, da zocke ich auch sehr viele SMW-Hacks. Deswegen bin ich da auch ein bisschen erfahren drin, aber natürlich nicht der ultimative Profi. Deswegen, nicht wunderbar, wenn ich ab und zu einfach mal faile. Aha, 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 ich kann ein Item halten. So, ähm, auf jeden Fall, ihr werdet auf meinem Kanal hier auf... Ja, so. Ähm, ihr werdet auf dem Kanal hier auf jeden Fall viele SMW-Hacks mit mir zusammen sehen. Und ihr könnt mir natürlich auch ein bisschen vorschlagen, was soll ich denn eigentlich für SMW-Hacks zocken. Also, da richte ich mich auch so ein bisschen nach euch. Der Erste, wo ich zocken werde, ist jetzt wahrscheinlich... Äh, Super Deal World, das ist ein SMW-Hack von Eze Hichel. Dann unter anderem halt auch noch Super Deal World 2 und Super Deal World 3. Super Deal World 3 habe ich, also die ganzen Spiele zocke ich auch auf meinem Kanal. Super Deal World 3 kommt jetzt erst bald noch. Aber da werdet ihr jetzt hier auch natürlich ein bisschen was erleben. Deswegen... Na, ihr könnt euch auf jeden Fall drauf freuen, dass ihr SMW-Hacks mit mir zusammen hier erleben werdet. Und deswegen checken wir uns hier noch ganz kurz, ganz schnell die Münzen hier. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. So. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt mit der Vorstellung hier, Euer Matze, bis dann Leute Ciao